In München der Kaiser Ludwig hatte seinen Sohn, den Markgrafen, den Brandenburger, um die Schulter gefasst, ging auf und ab mit ihm, redete gütlich auf den finsteren, verdrießlichen Ein. Der Brandenburger sah, trotzdem er erst 25 Jahre alt war, sehr männlich aus, blonder, kleiner Schnurrbart, harte, graublaue, etwas stechende Augen in gebräuntem, magerem Gesicht. Er hatte den massigen Nacken der Wittelsbacher, war groß, sehnig, aber der wuchtige, ungeschlachte Kaiser überragte ihn noch um ein Beträchtliches. Durch die gemalten Scheiben kam das fahle Licht des Schneetags. Wie sie so auf und nieder gingen, der Kaiser den Arm um die Schulter des Sohnes, schien es, als schleifte er den Zögernden, sich sperrenden. Nein, nein, er konnte es nicht und konnte es nicht. Er brachte es einfach nicht über sich, der Herzogin Margarete zu heiraten. Er hatte jetzt eine fünfjährige Ehe hinter sich mit Elisabeth, der dänischen Prinzessin. Sie war ein bescheidenes Geschöpf gewesen, etwas dürr, ja. Nun war sie tot, Gott gebe ihr die ewige Ruhe. Jetzt will er drei, vier Jahre ohne Frau sein, in Brandenburg seine Staatsgeschäfte betreiben, Ackerbau, Städtewesen hinaufbringen, die Wänden kleinkriegen, die tirolische Margarete heiraten, die ihren Mann auf so sonderbare Weise davongejagt hat, die extravagante Person, nein, danke. Sein kaiserlicher Vater werde ihn stets dienstwillig finden, aber die Margarete heiraten, nein. Der Kaiser richtete die riesigen, starren, blauen Augen auf den Sohn. Sein Widerspruch überraschte ihn nicht, erregte ihn nicht. Es war kein Vergnügen, die Tirolerin zu heiraten. Er an seiner Stelle hätte sich auch gesträubt, aber er wußte, sein Ludwig war ein guter Sohn, ein einsichtiger Fürst, der begriff, dass Heirat das wichtigste politische Mittel war. Eine Gelegenheit wie diese kam nie wieder. Hatte Wittelsbach Tirol, so war die Ländermasse geschlossen, so regierte Wittelsbach vom Nordmeer bis zur Adria. Er verstand durchaus, dass Ludwig es vorgezogen hätte, auszuschnaufen, etliche Jahre Witwer zu bleiben, aber dafür war er Fürst und Wittelsbacher. Er konnte sich solche Bequemlichkeit nicht gönnen. Der Kaiser hielt nun vor allem die geistlichen Herren in seiner Nähe. Die Nachricht von der beabsichtigten Vermählung des Brandenburgers mit Margarete hatte ganz Europa skandalisiert. Nicht nur, dass Margarete die Frau eines anderen war, sie war auch noch von ihrer Großmutter Elisabeth her mit dem Brandenburger im dritten Grade verwandt. Der Papst dachte nicht daran, die Herzogin von diesem Ehehindernis zu lösen, hatte vielmehr sogleich mit Bann und Interdikt gedroht. Ängstlich hörte tief beunruhigt die Bevölkerung diese Drohung. Der Kaiser war aber durchaus nicht willens, vor der Kurie zurückzuweichen. Er stellte dem Papst seine Theologen entgegen. Der Kaiser selbst war ohne viel Bildung, sprach nicht einmal Latein, aber er hatte eine tiefe, abgründige Ehrfurcht vor der Gelehrsamkeit. Er bedauerte aufrichtig, dass seine Bayern so dumpf und stumpf waren, sich zum Studium so gar nicht eigneten. Ach, überall in der Welt fanden die großen Gelehrten, die an seinen Hof gezogen, Wilhelm von Ockham und Massilius von Padua, Widerhall, nur nicht in seinem Bayern. Er war fromm, er hatte Gewissen, er verehrte die weisen Herren von Herzen, glaubte an sie, war überzeugt von ihrem Wissen um Gott. Er hatte also an seine Theologen, sie aus seinen riesigen blauen Augen anstarrend, die Frage gerichtet, ob die Einwände des Papstes zu Recht bestünden. Massilius und Wilhelm hatten ein Gutachten ausgearbeitet, die Ehe Margaretes mit Johann dem Luxemburger sei infolge Untauglichkeit des Gatten nie de facto vollzogen worden. Sie bestehe also nicht und sei ungültig. Daraufhin hatte sich vom Kaiser dringlich gebeten, der Bischof von Freising, Ludwig von Kammstein, bereit erklärt, die Ehescheidung zwischen Margarete und Johann auszusprechen. Zwei Tage später vollzog der Kaiser selber die Vermählung des Markgrafen Ludwig mit der Herzogin Margarete. Zum großen Ärgernis des Landes und ganz Europas. Wieder den Tag darauf belehnte er in der Stadt Meran die Neuvermählten mit Kärnten und Tirol. Er war angetan mit dem kaiserlichen Ornat, Konrad von Teck hielt das Reichsschwert, Arnold von Maaßenhausen das Zepter, Herr von Kraus den Reichsapfel. Margarete strotzte von Prunk, steif, übersät mit Edelsteinen, standen die schweren Kleider um sie herum. Sie sah starr und reglos geradeaus. Untertitelung des ZDF, 2020